ja und leute willkommen zurück zu minecraft hack it light mit marco sven mir und ja alles mal gucken was wir heute hier zusammenbasteln was wenn hier gebastelt hat bin ich mal gespannt ob das diese folge fertig kriegt was das auch immer sein mögen wird kostet auf jeden fall jede menge ressourcen ja was mache ich dieses mal scheiße regnet das jetzt bei mir habe ich eigentlich müsste eigentlich alles aufgeräumt haben was macht ihr dieses mal immer noch arbeiten eben an dieser scheiße hier du hast es doch angefangen du wolltest ist dann macht das natürlich und wenn es gut ist will ich auch eins brauchen ja relativ wenig sachen dafür ja genau richtig wenig und ich fange jetzt mit der gartenbeleuchtung an ich habe das schon ein paar ideen wie man diese machen regnet das jetzt jetzt wird es noch gleich noch schwüler hierhin ich habe eh schon 30 grad spule ich habe auch keinen ton ich schon das muss ich halt was denken moment ich muss hier mal wenn ich muss immer licht setzen habe ich festgestellt weil man sieht bei meinen videos manchmal nichts wenn ich im dunkeln bin ich sehe es zwar aber ihr seht es nicht komischerweise ich bin ich nur hier meinst du helligkeit ist ja ich habe die breiten ist ganz hoch aber auch die video wird jetzt ganz hell mal habe ich das recht aber im video sieht man nichts jetzt brauchen noch ein kabel ist schacht hier sie haben kabel schacht brauche wie stark muss so ein jetpacks sein warum eine andere ich kann jetzt die jetpack stärken einstellen und verbraucht natürlich mehr strom wenn ich mehr jetpack stärker und so aber ich habe keine ahnung wie stark das sein muss damit man da einigermaßen gut fliegen kann probiert halt aus es ist in ordnung wenn ich die beleuchtung mit redstone mache oder er wird so lange ich arbeite jetzt mal mit ungefähr 106 milliuten verbraucht dann schul pro tic da war es ein annehmen wahrer wert eigentlich ja bin gleich da so sorry aber mir geht gerade die welt unter deswegen muss ich noch mal gucken ob alles im trocknen ist gerade diese übel bei mir ich kann meine laufgeschwindigkeit einfach verdoppelt die frage ist nur dann fühle ich mich dann wie auf drogen dauerhaft mit doppelter geschwindigkeit ich drehe jetzt erstmal alles voll hoch danach drehe ich wahrscheinlich wieder runter weil es dann voll auf drogen gefühl zum fackeln von dem hier hat jemand müssen das wetstone war ja keine nicht noch jemand wirft in der nähe nicht wirft doch wirft ich brauche noch wetstone verstärkung habe keinen bock die zu bauen wirft in der nähe die steuerung verlegen wir mal hier also glück ist es nur regen kein gewitter sonst könnte ich nämlich nicht aufnehmen aber mir auch mach es aus der absicht also das weiß immer sagen wo ich irgendwie passt die pc zeit nutze doch relativ ich will multimilliardär werden bei dem spiel meinst du bist multimillionen ausgeben für das spiel doch auch aber das lohnt sich dass das spiel hat wegen langzeitpotenzial haben wir kurz alle die aus bei mir im inventar nicht wundern ja ich brauche es gerade keine ich bin hier mit redstone zu tun ja ich brauche pistens haben wir erst die pisten sehr müssen wir haben mit mache ich welche das dann noch für die hand hatte ich die scheiße glaube ich noch nicht konzipiert deswegen geht es nicht machst du hier markus ist mir ein bisschen auf die eier gehen ich würde erst sagen du brauchst erstmal straßen zu den ausgängen oder wie gehen was denn ja wie alt wohin und welchen tun was willst du aber doch kein bullshit macht du doch mal was ich bin gerade dabei weil das kann halt der ort das war eine schnauze eben halt die schnauze es wäre keine passiert ich hoffe da brauche ich noch nicht so jetzt müssen wir gucken ob ich noch eins tiefer muss okay ich brauche stärkeres chat pack ist nicht mehr stark genug mich nach oben zu heben also die neue rüstung schon ja teilweise sagen wir das ding nein du wirst nichts davon sehen die seh unsichtbar du bist unsichtbar du hält was ich bin komplett unsichtbar ja ja bestimmt invisibilities an wie mache ich die aus alle mir kommen nicht mehr ins haus rein ich bin nicht durch die tür gekommen nicht ums verrecken ich will nicht unsichtbar sein dann gibt mir das ding ich will unsichtbar sein habe ich meine ruhe das muss noch eins höher gepumpt werden okay ich muss jetzt den knopf auswenden ich mich sichtbar machen und dann muss man noch ein plan ist nicht in der interaktion ist komment alt kibus key mit dem es wird extra charge tocker release numpad 123 könnt sein aber es ist ein riesen doch da unten hat wurde wieder gemacht was denn wo ist hier ein riesen loch da ist doch gewesen ich bin ich brauche jetzt ein bisschen dann schützt du ja auf jeden fall stärkeres chat pack so viel steht schon mal fest wo also ich hasse das chat für was ich habe ist so hin dass er kann wieder steuerung nicht klar das war hier nicht so rum andersrum nein wie mache ich die unsichtbarkeit aus weiß ich nicht mal jetzt habe ich noch die schnauze halten nur weil du keine ahnung hast das ding weg ich muss wieder verschreckt da schon wieder ein loch ja nein das war was auf dein loch nein so jetzt dann gucken ob ich das angeschlossen bekommen kommen das oben drauf es muss mir nur das problem des runterfallen ist dann noch ich brauche kies aber das scheiß aus überall kies blöcke sind oder noch mal andere blöcke nein ich brauche jetzt kies ja aber das problem ist ich muss es ja die lampen will ich ja gesteuert haben ja und aber aber erde gefällt nicht nach unten nur sand und kies halten ist kein kies benutzen boah ich hasse dieses chat pack 1 fährt aus das muss ich das ding ja noch so bauen dass der zweite auch ein signal kriegt das wird auch ein mega projekt bis ich das habe das reicht nicht wenn verballert nur sind aus unserer ressourcen ich hoffe ich bin tief genutzt muss das alles noch mal abreißen und noch mal aufbauen nein das reicht nicht muss alles abbauen scheiße das ist ja kann man so lassen ist aber kacke ob sie überhaupt so funktionieren würde ich mir das wort stelle guck mal gut wie findest du das wenn es so funktionieren würde wäre doch cool oder ja guck und wenn jetzt da unten ist es über zwei pisten ausgefahren wenn das kannst du dann steuern wenn es dunkel etwas automatisch aus genau dann haben wir hier oben licht wenn es dunkel ist macht das mal einfach ich hätte es dann was ist diese aber warum gehe ich nicht an die retzender laterne um drauf was ist glaube ich da geht du musst genau verbinden und nicht daneben muss genau das jetzt noch hin active camouflage was ist noch eine facke ich brauche noch mehr es geht nicht du jetzt nicht aber ich muss es alles so kann das ist alles unter ihr es ist und dann trotzdem funktioniert ja es hat jetzt gerade funktioniert ich habe nur kurz so geht es nicht weil du abgebaut hast gerade schon wieder abgebaut hast das ist das ist ein scheiß ich kriege in das strom hin er geht doch mal dahin geht doch mal da kann ja jetzt gibt mal da rest und netting torch hin da haut rein das haben wir nicht ich meine dass du jetzt hier aber jetzt doch nichts auch bei den vielen dinge wieso ja ja da ist also einfach um wenn du keine ahnung aber nur wenn du das abbaust ist ja ganz okay das ist nicht schon mal sehr schön was machst du man es wird getestet mich nicht abbauen wie kriegt den strom dahin aber schau mal ich bin jetzt so schwer einfach wenn ich einfach runterfall kriege auch kein falscher an mehr das ist schon mal gut wir sehen dich immer noch nicht wenn du unsichtbar bist ich bin sichtbar und ich stehe direkt vor dir jetzt er ist sichtbar du Depp was ist denn das für ein arm willst du es testen nein die folge ist eh gleich durch okay dann können wir ja jetzt was war das ich habe jetzt meinen eigenen crafting table immer mit dabei das ist auch geil also ich habe jetzt ja den solarhelm zu vermieten den kriegt marcus marcus dein jetpack und dein lecker gehen jetzt nicht mehr leer komm mal her ja hat es für you und ich habe jetzt dann zweites ersatz jetpack das durch mein system ja ich brauche ich auch nicht mehr ach mist was mache ich da jetzt mit dem scheiß teil ja du vielleicht kannst du hier unter dich bauen dass du dann hier hoch gehst und das dann so eine linie entsteht wo bist du was du schon wieder hier nicht vor dir ich sehe dich nicht ne bist du nein ich sehe dich nicht ja egal die folge ist eh vorbei bis zum nächsten mal und ciao achievements you Bis zum nächsten Mal.